Hier sehen wir die Swiss Kristall, die liegt direkt hinter uns auf dem Flusskreuzfahrtschiff. Wir liegen hier in Düsseldorf, direkt am Rheinufer. Wir sind hier auf der Planner. Super tolles Wetter. Für November sitzen wir zwar eine Jacke, aber super schön, wie wir hier sitzen. Hier kommen noch große Dampfer.